Manchmal hat man mehrere Möglichkeiten. Du hast 1000. Das städtische Klinikum Karlsruhe bietet nicht nur Patientinnen und Patienten die beste Versorgung, sondern auch Fachkräfte beste Karrierechancen. Christiane und Matthias zum Beispiel. Ihr arbeitet beide am Klinikum. Und Christiane, du bist im Ad-Hoc-Team. Das ist ja jetzt der neue Springerpool. Und der Matthias in der Anästhesie. Genau. Ich habe hier eine Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin gemacht und arbeite mittlerweile im Ad-Hoc-Team. Was gefällt dir besonders an deinem Job? Es ist einfach ein schöner Beruf, in dem man immer viel zurückbekommt. Zusätzlich gibt mir das Klinikum die Chance, meine Arbeitszeit flexibel zu gestalten und hat mich dabei auch noch nie im Stich gelassen. Matthias, du arbeitest seit einem Jahr in der Anästhesie. Was bedeutet der Beruf für dich? Vor allem bedeutet der Beruf für mich, dass ich große Verantwortung übernehmen kann und die Möglichkeit habe, mich stetig weiterzuentwickeln. Außerdem ist es für mich sehr wichtig, jeden Tag nach Hause zu gehen, mit dem Gefühl, etwas wirklich Sinnvolles getan zu haben. Bei so einem wichtigen Beruf, der einen fordert, bleibt da noch Raum für Privates? Hier im Städtischen Klinikum Karlsruhe auf jeden Fall. Ich selbst arbeite als Teilzeitkraft und kann dadurch arbeiten und Freizeit miteinander vereinen. Wenn auch du dich für die Pflegeberufe am Städtischen Klinikum Karlsruhe interessierst, dann informiere dich jetzt auf www.könntedeinteamsein.de